Hallo Willkommen zurück bei Let's Play äh Brutal Mario und Jovis X hat mir geschrieben wie's gehen das geht ja da kommt doch jeder normale Sterbliche drauf der das Spiel nicht schon mal durchgespielt hat sehr logisch äh ich möchte bitte dass du deine Wasserattacke machst wäre nett ja danke es macht es Spaß als kleiner kleiner ja okay das so hat sich wohl besser mal ähm ja gut ist was ich in der Tat er und ich benutze jetzt auch weniger selbst jetzt würde ich mal sagen ja danke okay jetzt ein 6 steht und drauf Prozent drückt ja ich mag dich nicht wenn du das machst okay jetzt höchst du wieder ein 6 der Benutztegel schmeißen mich in die Tiefe was war das du 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 go fuck mal jinky sterben du Arsch wo hat mich das denn bitte getroffen m ja ist logisch okay also Prozent durchschlagen ich werde bei Boston 6 selbst benutzen bei allen anderen Prozent wenn die Leve nicht zu schwer sind gut ich habe so meinst du oh oh wie du machst ja du musst strahlen egal lass das macht das noch einmal und du bist tot so noch einmal dann habe ich ihn Oh, das war gewagt Vielleicht keine Fehler, weil ich jetzt am Arsch Aber ich hab eine Stellen wir uns mal in die Mitte Das klappt Ja, es klappt, Lohn Genau da, wo er die Kugel hochschmeißt, kommt keine runter Logisch Okay Nein, ich hab einen Fuck Ja, das sollte ich versuchen, nicht nochmal zu machen Äh, okay Äh, das lässt doch auch mal sein, ne? Ja Genau Äh, was? Vorherhin hat mich das auch nicht getroffen Lack mich, ich sollte vielleicht an der anderen Seite rausgehen Ja, was? Ah Okay, ich bin mit dem Teil in seine Nase gekommen Und dadurch ist er gestorben Logisch Okay, ist das Exit? Was? Es geht noch Es geht, es geht noch weiter Bitte Es geht weiter Das Das war jetzt nur um den P-Switch zu kriegen Was? Was? Bitte? Was? Da unten ist der Oh nein Da unten ist der wahre Bosskampf Was? Bitte? Was? Bitte? Ähm Ja Okay, gehen wir zum Boss Was? What? The fuck? What the fuck? What? Ich jetzt mal, ich brauch den Cooper Äh, den Cooper Den Shell Die Shell Äh, war das gut? Ja, das war der FB Äh, ne tief gut Äh, oh was? Bitte? Bitte, was? Oh, was? Alter, wer hat den Boss designt? Hilfe! Heftige, heilige Bums, kacken Scheißbums, was? Na, 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 na Oh, man Warum? Heilige Crow Oh shit Reaktion sollte man haben So, Shell Oh, stirb So Äh Was geht ab? Und danach komme ich wieder nur Oh, fuck, das habe ich vergessen Mist Danach komme ich wieder nur zu irgendeinem Weiteren Bosskampf So Immerhin drüber So Was Bitte Was Ist kaputt Was Ist Los Was Was geht ab mit dir? Junge, du hast Achso Was Was geht Was Alter Was ist kaputt Äh Was Bitte Äh Hast du ein Leben? Alter Was wird das, wenn es fertig ist? Alter Ich hoffe mal, das war der letzte Ja, nicht So, jetzt Komm Stopp Stopp Er ist nicht tot Doch, ist er Waa Ah, ich brauche Ich brauche die Feuerblume anscheinend Hätte ich das Ganze nicht machen müssen, wenn ich die Feuerblume direkt eingesammelt hätte, oder was? Was? Bitte? Was? Hä? Was geht ab? Oh, nein Oh, nein Oh, nein Denkst du, Freundchen, ne? So, jetzt erledige ich dich Er geht davon nicht kaputt Fuck Okay, brauchen wir eine neue Idee Weiter mit den Shells Ja, genau Das war klar So, stirb Alter Wie, wann hat er denn vor zu sterben? Gar nicht Oder was? Was geht Was geht denn mit dem ab? Jetzt kann ich Ah, ich kann noch im Endeffekt Was? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt? Was? 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 Seid ihr noch des Wahnsinns? Was? Bitte? Alter Okay, das können wir auch zum Vorteil werden Oh Oh Nein, kann es nicht Oh, fuck Was? Weg hier Bitte, was geht mit ruhig ab? Wer hat den Gegner designt? Das ist mir so klar, dass er jetzt da kommt Jetzt kommt er wieder in der Mitte Wusste ich's doch Shell Komm schon Da Alter Er ist tot Oh Gott Was war das bitte für ein Gegner? Was geht bitte mit euch ab? Alter Was war das für ein Gegner? Alter Tja Das war ein Grafik-Bug Ein Grafik-Glitch Lol Okay, next level Oh, wieso habe ich jetzt Yoshi? Logik Moment mal, das ist SMB3 Was? Ein SMB3 Ghost House? Was? Bitte? Was bitte? Was? Ein Ghost House unter Wasser? Oh, scheiße Heiliger Bums Äh, was? Nein, nicht schon was So was mag ich nicht Geh aus Nein, geht doch nicht direkt wieder an Bleib aus, wenn ich dir das Befehle Äh Heilige Scheiße Wollte mich eigentlich alle verarschen Eine Feuerblume, die ich nicht brauche, weil ich schon eine habe Und ich sie trotzdem aufsammel Heiliger Crap Jüngens, was geht denn mit euch ab? Seid ihr noch des Willens? Hallo? Sehe ich aus, als wäre ich hier So gut, dass ich irgendwie Äh Hallo Hallo Geister, wie geht das denn euch? Ja, geil So gut, wie geht das denn euch?